...feiert mit der Frauenfußball bei Werder an Juli Neum. Und zu diesem heutigen Spiel gegen die SGS Essen sind unsere Einsteigerinnen zu Gast. Sie bilden in der Saison 2007-2008 die allererste Frauenmannschaft des SV Werder. Vor unserem Präsidenten und Geschäftsführer Dr. Hubertus S. Grunewald werden jetzt die folgenden Spielerinnen von damals gehören. Applaus 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 Christy Pscherzell Sonja Duto Schabjab Freihard Katharina Ha Katharina Zahmer Julia Hovath Katrin Inselmann Safia Paukisch Lara Böhmann Anna Pötter Kräger Röhmann Stefanie Pscherzell Christy Katharina Sprecher Katharina Sprecher Christy 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.